Warum sich Sparmix für Sie doppelt auszahlt? Ganz einfach. Nachdem Sie mindestens 10.000 Euro auf Ihr Festgeldkonto eingezahlt haben, investieren Sie ein Jahr lang monatlich ein Zwölftel des Betrages in Investmentfonds ausgewählter Partner. Das Besondere daran, bis Ihr Festgeld vollständig investiert ist, verzinsen wir den Kontosaldo mit 5% brutto. Und da Sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten investieren, gleichen Sie Kursschwankungen aus. Nutzen Sie jetzt die doppelte Chance mit Sparmix. Sparmix.